Die Aktion Lesen verbindet des Freundeskreises der Stadtbibliothek Schwerin hat einen neuen prominenten Unterstützer. Bildungsminister Matthias Brodkorb besuchte am Freitag die Buchhandlung Hugendubel am Schweriner Marienplatz, um Buchpate zu werden. Ihm taten es schon mehr als 150 weitere Patinnen und Paten gleich sehr zur Freude der Stadtbibliothek. Denn die auf diesem Weg erstandenen Bücher füllen die Bibliotheksregale. Auch abseits der Aktion hat das Bildungsministerium die Förderung der stationären und mobilen Bibliotheken des Landes mehr als verdoppelt und unter anderem 260.000 Euro Sonderförderung bewilligt. Die Bibliotheksförderung sei für Minister Matthias Brodkorb ein absoluter Schwerpunkt der Kulturförderung, betonte er.